Nuss an Nuss und Saaten an Saaten. Heute backe ich mit euch ein Lowey Brot und ihr fragt jetzt bestimmt, was ist denn ein Lowey Brot? Das ist ein Brot, da ist kein Mehl drin, also ein reines Low Car Brot. Jetzt zeige ich euch, was ihr an Zutaten braucht. 450 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz, 200 Gramm Haferpfloppen, 50 Gramm Leinsamen, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 60 Gramm Haselnüsse, 60 Gramm Mandeln, 6 Esslöffel Chiasamen, 2 Esslöffel Ahornsieserup und 2 Teelöffel Pflanzenöl. So, eine große Schüssel braucht ihr. Da hineingebt ihr hier das Wasser, Salz. Das wird jetzt aufgelöst ein bisschen. Das Wasser sollte etwas warm sein, damit sich der Salz besser auflöst. Dann die Haferpfloppen, Sesam, Sonnenblumenkerne, die Müsse, die Mandeln, die Chiasamen, Ahornsirup und Öl. Und alles wird jetzt gut miteinander vermischt. Und diese Mischung, die lasst ihr jetzt zwei Stunden abgedeckt an einem warmen Ort gehen. Die Nussmischung ist jetzt zwei Stunden an einem warmen Ort gestanden und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt fitte ich ein wenig den kleinen Zaubermeister, die Lilly, aus. Dann nehme ich ein bisschen Rapsöl dazu. Dann kommt die Nussmischung da rein. Die Nussmischung ist richtig fest und die Konsistenz ist wirklich ganz toll. Drückt es auch immer wieder nach unten, dass da keine Luftlöcher dazwischen sind. Also das muss ich jetzt richtig verfestigen in der Form. Nun legt ihr den Deckel auf. Mein Backofen ist auf 230 Grad, Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Der Rost ist ganz bunten und da kommt es jetzt rein und wird für eine Stunde gebacken. Die Backzeit ist rum. Kleine Zaubermeister kommt aus dem Backofen. Uh, und es dampft. Und das ist jetzt ein etwas anderes Brot, ja? Ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt nur aus Nüssen und da ist kein Backpulver und keine Hefe drin, kein Mehl. Und dann sieht es natürlich auch etwas anders aus, wie diese Brote, die ihr sonst von mir gewöhnt seid. Aber es ist ein ganz kerniges, tolles Brot geworden. Nuss an Nuss und Saaten an Saaten. Und ich lasse mir es jetzt schmecken. Und ich lasse mir einfach gleich. Okay. dich gehack zu Mehl.